Das Resultierte ist auch nicht mehr normal Hi! Wolltest du dich besuchen kommen? Hätte ich das heute erwartet? Hätte ich Kuchen gemacht, Boom! Hätte ich dich heute erwartet, heißt es außerdem Hier müssen wir runterspringen Bam! Ist echt? Glückwunsch! Glückwunsch liegen gleich War bei einem 24 Stunden Leistung unter dem wir empfohlen in Kanälen Und trotzdem hattest du noch deine vier, äh, fünf Aufrufe, genauso wie ich Erste Nachricht von Genevieve Aristide John, hier ist Genevieve Der Plan des Senators hat wohl nicht geklappt Seine Spezialanheit konnte Vettel nicht neutralisieren Wir sollten mit dem Schlimmsten rechnen Die Sicherheitskräfte sollen alle Außenstehenden abweisen Wir brauchen Zeit zum Aufräumen Ende der Nachrichten Und, äh, bin wieder da von Snake Eyes Cool So Checkpoint Suche und neutralisieren die Paxton Vettel Liebend Gerne Liebend Gerne Liebend Gerne Ich hab vergessen, mein Spiel zu ändern Snake, das ist vier Hat er, äh, ich kann, das wurde schon wieder nicht angezeigt, das ist doof Das ist doof Das ist immer sehr nervig Ach, jetzt weiß ich auch, warum wir einmal im Kreis rennen müssen Formel 1 Ah ne, gar nicht wahr, wir müssen hier hochrennen War jeder klar Lappenhaft Der war, es war ja so klar, dass der Typ da jetzt Ne, dafür hatte ich am Anfang nochmal zwölf Jahre Ja, ja, war ich auch noch dabei Ja Kann man bei dem Stream die Quelle Ähm, müsste Glaub, das geht nicht Einfach mal pausieren Und Wart ein bisschen Lass es Obwohl Puffern bringt ja eigentlich gar nichts Was Musst du mal gucken Äh, runterstellen kannst du es glaube ich nicht Weil ich bin kein Twitch Partner, darum Kannst du es nicht rundherum stellen Ja, äh, ne, äh, du musst Twitch Partner mittlerweile glaube ich sein Link Liker Abfassung Unbefugtes Personal Ist wahrscheinlich der dicke Rollmops Black Screen Black Screen Lade mit Schirm Und dann Was? Was? Hm Nein Ich bin mal, ich bin der Meinung, das war mal Ich gehört habe, dass Twitch Partner nur können Das habe ich mal gehört, da rum Von Anderen Let's Playern, die halt auf Twitch sehr gieeeeeer sind Oh, perfekt Sie schon wieder Ja Sehen Sie diesen Knopf? Was der wohl macht? Ups Und schön Aaaaah Ich hab da noch mal was Was? Freu ich drauf! 50, 400 Scheiße Ja, wie gesagt, ich wusste, ich weiß es nicht mehr Bzw. ich wusste es nie richtig, dann Ist aber schön zu wissen So Ja, der Typ hat uns jetzt hier die Blöde, schissendsten Gegner Äh, des Spiels Aufgebrummt Nämlich Jupp, genau Das, äh Kann ich hier nicht her? Ich kann mich her Ähm Ich muss in den Raum rein Hat der nicht immer eine Kaktus gehabt? Äh Hat der nicht immer eine Kaktus gehabt? Äh Okay Wie machen? Hängen Also hier müssen wir die Die später hin Ja, okay 50, 400 Scheiße Ich frei, das ist gut zu wissen Das merke ich mir mal Ist interessant zu erfahren Ich seh bloß hier nur die Hälfte des Shats wahrscheinlich Boah Boah Deckpoint wird gespeichert Scheiße Okay, wir mussten nicht in diesen Raum Oh man, ich mag die Viecher nicht In diesem Raum gibt es automatische Abwehrmaßnahmen Unbeflugte werden ohne Warnung erschossen Ja Ist echt? Aber wenn du dann wieder 940 hast, dann geht's wieder nicht Ist ja auch geil Ohne Strom ist nix los hier Ohne Strom haben wir aber auch Nachteile Weil no Licht und so Und die Aktion war echt cool, man hätte auch anders rausgekommen Es gab Tote Gibt viele Tote Woah One of the changes Wollte ich mal schon immer mal live sagen Das ist kein Scherz Aber es ist viel zu viel Action gerade Toll Was haben wir das gebracht haben jetzt? Toll Was haben wir das gebracht haben jetzt? Ah, I see Nein, ich nicht Eigentlich hat man hier noch eine Option Hier nehm ich hier rein Für die ganz Wagemutigenheit Durch die Tunnelrennen und so Dunkelheit und so, wisst ihr Da kann man halt, da kriegt man halt den Bonus Dass man nicht so kämpfen muss Ah Und den First Aid am Ende des Weges findet Hab jetzt nicht mehr Asht Fuck dich 20 Punkte Hauptsache wir haben immer unser Hier oben Das Arschloch krieg ich noch Das glaubt mir mal Telefon klingelt Wo Ich weiß nicht was Sie es hier von ihr gemacht hat Aber ich glaube Jedes Event tickt immer ein anderes Event War das ne Fuck Fuck Fuck